Hier haben wir zwei Neuankömmlinge, zwei Junghunde, die sind circa vier, fünf Monate alt, auch von der Straße von Kalabrien sind sie jetzt gekommen. Das Brüderchen musste nach unten bleiben, das ist leider nicht ins Auto gegangen. Diese Hündin heißt hier Siria, die etwas größere, sie ist vielleicht 45 Zentimeter hoch, braun mit weißen Pfötchen und die kleinere ist die Schiller, heißt sie. Und sie ist mehr braun. Aufgeweckte liebe Babys sind schon geimpft. Ja, 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 ist ja gut. Ist ja alles gut. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.